Hallo, in diesem Video möchte ich kurz erklären, wie ich die Online-Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik vom 19.01.2022 gelöst hätte. Ich gebe zu, das Video ist wieder nicht so super realistisch, weil ich habe mir diese Aufgaben ja auch ausgedacht, die ich jetzt gleich versuche zu lösen. Nichtsdestotrotz probiere ich es mal in einem Rutsch. Als Student hat man 90 Minuten Zeit, ich peile mal so etwas wie 30 Minuten an. Dann als Hilfsmittel und Hilfsprogramme habe ich mir hier GNU Octave bereitgelegt, so ähnlich wie MATLAB, bloß eben Open Source für die numerische Rechnung. Und ich habe hier unten Windows Journal, wo ich mir eventuell für ein paar Formeln ein paar Notizen mache. So, und ich klicke mal auf Versuch beginnen und es fängt an. Und die erste Frage ist, wir haben einen runden Draht, da fließt ein Strom durch bei einer bestimmten Stromdichte. Und die Frage ist, welchen Durchmesser besitzt dieser Draht? Jetzt kann man halt hinschreiben, okay, Stromdichte J ist so viel wie I durch A und der Flächeninhalt ist bei einem Kreis so viel wie Pi Viertel mal D Quadrat. So, wir haben den Strom und die Stromdichte, dann können wir das und ich gehe mal hier in den Editor rein und mache mal ein Clear All am Anfang, sodass ich dieses Skript immer wieder aufrufen kann. Und schreibe halt mal hin, okay, wir haben Strom von 5,2 Ampere und wir haben eine Stromdichte von 9,3 Ampere pro Quadratmillimeter. Da können wir halt jetzt den Flächeninhalt ausrechnen, hier unten mit dieser Formel einfach nach dem A umgestellt, I durch J. Und können dann den Durchmesser ausrechnen, indem wir halt den Flächeninhalt nehmen mal 4, das Ganze durch Pi teilen und davon die Square Root, die Wurzel nehmen. So, und dann kann ich das, wo kann ich das denn ausführen? Hier bei Dateispeicherung ausführen, dann nenne ich das mal einfach Draht und lasse das ausführen und gehe wieder ins Befehlsfenster rein. Oh, und dann kommt schon ein Syntax Error in Zeile 6. Achso, hier fehlt einfach ein Semikolon und dann wird das ausgeführt und dann kann ich mir den Durchmesser anzeigen lassen. Dann sind das 0,84 Millimeter. Das ist ja auch die Angabe, die in Millimeter gesucht ist. Ich mache mal aus dem Punkt ein Komma, klicke auf Prüfen, das funktioniert. Okay, nächste Frage. Wir haben einen Folienkondensator. Das heißt, ich mache mir mal hier ein neues Skript, mache wieder ein Clear All. Der hat eine bestimmte elektrische Energie gespeichert, 4,7 Mikrojoule. Mikro sind 10 hoch minus 6 bei einer Spannung von 9 Volt. So, und dann haben wir irgendwie eine Folie, die hat eine bestimmte Dicke. Da übernehme ich schon mal die Werte Mikro sind wieder 10 hoch minus 6. Und eine relative Permittivität, Epsilon relativ von 3,2. So, und jetzt ist erstmal die Frage, welche elektrische Feldstärke herrscht in dem Dielektrikum des aufgeladenen Folienkondensators, E? Die können wir natürlich einfach ausrechnen aus der Spannung durch den Abstand, U durch D. Und das ist Volt und das ist Meter. Dann kriegen wir halt Volt pro Meter raus. Die Grundeinheit, bis dahin lasse ich das erstmal ausführen. Nenne das mal Folienkondensator und gehe wieder ins Befehlsfenster. Dann kommt da eine Feldstärke raus. Das sind jetzt Volt pro Meter. Wenn ich das durch 1000 teile, kriege ich Kilovolt pro Meter raus. Also 300 irgendwas Kilovolt pro Meter, das sollte die Antwortmöglichkeit sein. Ich lasse es mal bei dem Punkt. Ah, es geht nicht mit Punkt. Wir müssen ein Komma draus machen. Mit einem Komma, das stimmt. Okay, das passt. So, nächste Frage. Wir haben zwei Widerstände in einem Spannungsteil. Ich gehe wieder in den Editor, mache wieder ein neues Skript auf, mache ein Clear All. Und wir haben einen Widerstand R1, der hat 24,4 Ohm. Wir haben einen zweiten Widerstand, der hat 5,5 Ohm. Und die Spannung an dem ersten Widerstand sind 17,2 Volt. Und jetzt ist die Frage, welche Leistung wird in beiden Widerständen des Spannungsteilers umgesetzt? Und zwar wollen wir das in Watt haben. Jetzt kann man hier drauf schauen und sagen, okay, ich kenne ja an dem einen Widerstand den Widerstandswert und ich kenne die Spannung. Da kann ich doch den Strom ausrechnen. Also rechne ich mal den Strom aus. I ist U durch R, U1 durch R1. Dann habe ich den Strom. Und dann kann ich ja auch, wenn ich den Strom habe, die Leistung ausrechnen. Ich mache das mal für jeden Widerstand hier erstmal einzeln. P1 wäre I² mal R1. P2 wäre I² mal R2. Und P Gesamt wäre dann einfach P1 plus P2. Und da das hier alles in Ohm und in Volt und der Strom in Amperes, kommt da die Leistung auch in Watt raus. Dann nenne ich das mal Spannungsteiler. Und gehe ins Befehlsfenster und zeige mir da die Leistung. Lasse mir die Leistung anzeigen. 14, irgendwas Watt, knapp 15 Watt. Das könnte wohl auch so sein. Klicke ich mal auf Prüfen. Okay, passt. Okay, nächste Seite. Oh, wieder die gleiche Frage. Natürlich die gleichen Zahlenwerte. Welche Leistung P1 wird umgesetzt? Die haben wir glücklicherweise hier gerade schon mal ausgerechnet. Das sind 12,125 Watt. Da klicke ich auf Prüfen. Okay, super, passt. Nächste Frage. Wir haben zwei Spulen. Das sieht nach einer neuen Aufgabe aus. Mache ich ein neues Fenster auf im Editor. Eine Spule L1, die hat 1,2 Henry. Eine Spule L2, die hat 2,1 Henry. Und eine Spule L3, die hat 2,7 Henry. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Gesamtinduktivität der Schaltung in Henry? Das, was wir jetzt natürlich erstmal haben, ist eine Parallelschaltung aus L1 und L2. Da baue ich mir mal hier kurz solche Funktionen, wie man eine Parallelschaltung ausrechnet. Das funktioniert ja bei Induktivitäten genauso wie bei Widerständen. Also ich rechne das Produkt von beiden geteilt durch die Summe. Und dann kann ich halt L gesamt ausrechnen, indem ich rechne eben diese Parallelschaltung von L1 und L2 und dazu in Reihe, also plus L3. Einmal abspeichern. Wie nenne ich das? Spulen. Gehe wieder ins Befehlsfenster, lass mir die Gesamtinduktivität anzeigen. 3,46 Henry, das passt so vom Gefühl her auch ganz gut. Prüfen. Okay, super, funktioniert. Nächste Seite. Wir haben wieder den Spannungsteiler, die gleichen Werte. Wie groß ist die Gesamtspannung, die über dem Spannungsteiler abfällt? Da gehe ich natürlich wieder in den Editor, suche mir meine Spannungsteilerschaltung raus. Und jetzt kann ich, wenn ich den Strom schon mal ausgerechnet habe, natürlich mit dem Strom einfach über das Ohmsche Gesetz die Spannung über dem zweiten Widerstand ausrechnen. Und kann dann einfach die Gesamtspannung ausrechnen mit Hilfe des Maschensatzes. Das ist einfach die Summe der beiden Spannungen, die wir haben. Einmal abspeichern, einmal ausführen. Wieder ins Befehlsfenster gehen. Mir die Gesamtspannung anzeigen lassen. 21, irgendwas Volt. Das könnte so passen, wenn das hier 17 Volt sind an dem einen Widerstand und der andere ist ein bisschen kleiner. Das passt auch. Okay, nächste Seite, nächste Aufgabe. Also wir sind schon mal Frage 7. In einem Folienkondensator, das hatten wir schon mal, gehe ich wieder in den Editor. Hier ist mein Folienkondensator-Skript. Die Werte sind die gleiche, die gleich hin. Wie groß muss die Kapazität sein oder welche Kapazität hat dieser Folienkondensator? Da bräuchte man jetzt als Formel natürlich vielleicht, wie ist denn diese elektrische Energie, die da gespeichert ist? Und die ist 1,5 C mal U². Wir kennen die elektrische Energie, wir kennen die Spannung. Wir können das in Richtung der Kapazität umstellen. C ist dann die 2 rübergebracht. 2 mal die elektrische Energie, geteilt durch die Spannung zum Quadrat, wie man sieht. So, und dann muss man mal kurz über die Einheiten nachdenken. Wir haben das ja hier alles in Grundeinheiten. Das heißt, die Kapazität sollte in Farad rauskommen. Und das heißt, wenn ich mir das C anzeigen lasse und mal 10 hoch 9 rechne, dann sollte ich die Kapazität in Nano-Farad rausbekommen, so wie das hier auch gefragt ist. 116,05 Nano-Farad und das passt auch. Nächste Frage. Oh, neuer Aufgabentyp, das heißt, Editor, neues Skript, einmal wieder ein Clear All. Und wir haben was, was schwer nach temperaturabhängigem Widerstand aussieht. Wir haben eine Temperatur Theta 1 gegeben, 17,4 Grad Celsius. Und bei dieser Temperatur hat irgendwie eine Transformatorwicklung einen Widerstand von 97 Ohm. Und dann haben wir eine zweite Temperatur gegeben, Theta 2. Die hat 81 Grad Celsius. Und bei dieser Temperatur hat die Wicklung einen Widerstand von 124,1 Ohm. So, und jetzt ist gefragt, welchen Widerstand hat die gleiche Wicklung, der gleiche temperaturabhängige Widerstand bei viel kälter Temperatur im Winter, bei minus 2,1 Grad Celsius, bei Theta 3. Also Theta 3 sind minus 2,1 Grad Celsius. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Formeln. Wir brauchen einen temperaturabhängigen Widerstand. Also ich schreibe mal hin, R von Theta 3 wäre so viel wie R von Theta 1 mal in Klammern 1 plus dieser Temperaturänderungskoeffizient Alpha mal der Temperaturunterschied, den wir da haben. Also Theta 3 minus Theta 1 und eckige Klammer zu. Das Problem ist jetzt, was wir haben, wir bräuchten halt mal noch das Alpha. Wir brauchen diesen Temperaturänderungskoeffizienten, den kriegen wir halt aber aus der gleichen Gleichung raus. Vielleicht, dass es die Umstellung ist, ist jetzt natürlich ein bisschen länglich. Vielleicht schreibe ich das nochmal hin. Also den würden wir jetzt halt rausbekommen, indem wir das Gleiche machen mit sozusagen uns gedacht Theta 2. Dann muss ich erstmal das Theta 1 auf die andere Seite rüberholen. Dann steht da R von Theta 2 durch R von Theta 1. Wenn ich das 1 darüber hole, dann muss die 1 weg. Also rechne ich minus 1. Und dann muss ich noch durch diese Temperaturdifferenz teilen. Das mache ich jetzt mal hier so ein bisschen wild, einfach mit so einem schrägen Bruchstrich. Theta 2 minus Theta 1. Und wenn ich das mache, dann kommt da das Alpha raus. Dann kommt da der Temperaturänderungskoeffizient raus. So, und die Gleichung übernehme ich jetzt erstmal. Also Alpha ist R2 geteilt durch R1 minus 1. Also erstmal diesen Bruch ausrechnen. Ich mache das mal zur Sicherheit in Klammern. Dann minus 1 rechnen und dann durch die Temperaturänderung rechnen. Theta 2 minus Theta 1. Das sollte mir nach der Umstellung, nach der Gleichung das Alpha geben, den Temperaturänderungskoeffizienten. Und dann kann ich jetzt eben R3 ausrechnen, genau nach der Gleichung, die da drüber steht. Also R1 mal in Klammern 1 plus Alpha mal Theta 3 minus Theta 1. So, und das speichere ich wieder ab. Das nenne ich mal Transformator. So wie das in der Aufgabe heißt. Und lasse das ausführen. Oh, und da habe ich mal wieder was vergessen. Nämlich hier eine schließende Klammer. Das passiert hier natürlich mal im Eifer des Gefechts. Und dann kommt da ein Widerstand raus von 88,7 Ohm. Den übernehme ich hier erstmal. Also wir können ja mal gucken, ob das irgendwie sinnvoll sein kann. Bei sehr heiß hat der, äh, die Transformatorwicklung 124,1 Ohm. Bei so Raumtemperatur, ähm, ein bisschen unter 100. Und jetzt mache ich die ordentlich kalt. Dann hat die halt unter 100, äh, unter 90 Ohm. Das könnte sein. Das wird wohl stimmen. Das stimmt auch. Okay, dann ist wieder ein neuer Aufgabentyp Akku. Das heißt, ich brauche nochmal ein neues Skript im Editor. Mach wieder ein Clear All und übernehme erstmal die ganzen Werte. Wir haben eine Spannung beim Entladen von 4,2 Volt. Wir haben dabei einen Strom von 1,4 Ampere. Und dann wird der Akku auch aufgeladen mit 7 Volt Spannung. Und dann fließt halt ein Ladestrom IL von 1,3 Ampere. Und jetzt ist die erste Frage, die mal kommt, welchen Innenwiderstand besitzt dieser Akku? Jetzt kann man sich halt hier so kurz überlegen, ähm, naja, wenn ich das mal so zeichnen würde. Zwei Achsen, das ist der Strom, das ist die Spannung. Dann haben wir eben einen Arbeitspunkt irgendwo hier so mit UL, mit der Ladespannung und dem Ladestrom. Und irgendwo haben wir noch einen zweiten Arbeitspunkt mit einem Entlade. Jetzt, das ist ein kleines e und das ist auch ein kleines e, das hier ist ein kleines l, das ist ein kleines l. Das ist das Laden, äh, das ist das Entladen, das ist das Laden. Und jetzt führt hier zwischen, jetzt gibt es hier zwischen eben die Kennlinie, die diese beiden Punkte hier schneidet und verbindet. Und jetzt suchen wir im Prinzip den Anstieg von dieser Kennlinie. Das ist der Innenwiderstand, ne, U durch I ergibt den Widerstand. So, und das heißt, wir packen uns, ähm, hier unten einfach so ein Anstiegsdreieck rein und sagen, der Innenwiderstand, der ist halt, ähm, der, der Unterschied der beiden Spannungen, also die Ladespannung minus die Entladespannung, das ist sehr positiv, ne, die Ladespannung ist größer als die Entladespannung. Ähm, die Höhe dieses Dreiecks, oder die Höhe dieses Dreiecks hier, die Höhe dieses Dreiecks geteilt durch die Breite dieses Dreiecks. Und die Breite dieses Dreiecks ist eben der Ladestrom plus der Entladestrom, ähm, weil hier steht ja, ne, ist extra so ein Hinweis hier, Ladestrom und Entladestrom sind nur als Betrag gegeben. Der, der Ladestrom ist natürlich eigentlich negativ, zeigt eigentlich in die andere Richtung. So, und das sollte der Innenwiderstand sein, ähm, Spannung durch Strom in der Einheit Ohm, eigentlich ein schöner Merksatz, Spannung durch Strom in der Einheit Ohm, das nenne ich jetzt Akku und gebe mir hier wieder den Wert aus Ri, sind 1,03 Ohm, klicke mal auf Prüfen, das passt. Okay, nächste Frage. Wir haben wieder den Spannungsteiler, den hatten wir noch schon ein paar Mal. Ähm, jetzt ist der Gesamtwiderstand gesucht. Na, das ist ja das Einfachste der Welt. Wir rechnen einfach die Reinschaltung der beiden Widerstände aus, R1 plus R2. Lassen wir es nochmal ausführen. Gucken uns hier diesen Wert an, 29,9. Das hätte man jetzt natürlich auch im Kopf rechnen können, aber Herrgott, wenn man einmal jetzt in Octave unterwegs ist, dann macht man es natürlich auch da. Ja, nächste Frage. Wir haben wieder den Akku. Ich suche das Skript für den Akku raus. Das ist hier. Und die Frage ergibt sich nach dem Wirkungsgrad, wenn wir einen Entladewiderstand RA anschließen von 12,5 Ohm. Und den Innenwiderstand haben wir gründlicherweise schon mal ausgerechnet. Und dann muss man wissen, okay, der Wirkungsgrad ist einfach das Verhältnis von dem Abschlusswiderstand geteilt durch die Summe des Innenwiderstandes und dieses Abschlusswiderstandes. Da kommt dann, kann man hier auf diesen Bruch gucken, natürlich was zwischen 0 und 1 raus. Wenn wir das in Prozent haben wollen, müssen wir es nochmal 100 rechnen. Führe das aus, gucke mir hier das Eta an, 92 Prozent, irgendwas zwischen 0 und 100. Die 12 sind natürlich auch viel größer als die 1 Ohm, die wir da gerade ausgerechnet haben. Dann wird das so stimmen mit nah 100 Prozent. Prüfen passt auch. Okay, nächste Frage. Wir haben wieder den gleichen Akku und sollen jetzt ausrechnen, welche maximale Abgabeleistung hat dieser Akku bei Leistungsanpassung. Leistungsanpassung würde heißen, der Außenwiderstand hier ist genauso groß wie der Innenwiderstand. Und dann kriegen wir über dem Akku, über dem Außenwiderstand genau die Hälfte, die Hälfte dieser Leerlaufspannung. Hier kann ich in meine Skizze zurückgehen. Das, was diesen, diesen Schnittpunkt, den wir hier haben, mit der, mit der U-Achse, das ist die Leerlaufspannung. Und wenn ich die, die Kurve hier weiter zeichnen würde, dann würden wir hier hinten irgendwo, kann man auch im Kamerambild gut sehen, ja, dann würden wir hier irgendwo den Kurzschlussstrom hinbekommen. Und dieser Leistungsanpassungspunkt, der ist jetzt hier in der Mitte. Also da haben wir genau die, die Hälfte von diesem Kurzschlussstrom, äh, die Hälfte von dem Wert hinten und genau die Hälfte der Spannung. Und halber Kurzschlussstrom mal halbe Leerlaufspannung ergibt dann die maximale Leistung. Das heißt, wir bräuchten jetzt erstmal irgendwie ganz gut diese Leerlaufspannung hier und diesen Kurzschlussstrom, dann können wir auch ganz gut die maximale Leistung ausrechnen. So, wie kriegen wir jetzt die Leerlaufspannung? Die Leerlaufspannung kriegen wir, indem wir uns überlegen, wir kennen ja diesen Punkt hier, oder wir könnten auch den, ne Quatsch, wir kennen diesen Punkt hier. Wir könnten auch den Punkt hinnehmen, ich nehme ja diesen hier. Also wir nehmen, ähm, die, die Spannung beim Entladen, U-E, und rechnen jetzt noch drauf, was ist denn der Spannungsabfall, der sich noch über dem Innenwiderstand, ähm, ergibt sozusagen aus, aus diesem Strom hier, ne. Also einfach Ri, das ist ja die Steigung dieser Kurve, mal der Entladestrom. So, dann kriegen wir eine Leerlaufspannung raus. Die lasse ich jetzt erstmal kurz ausrechnen, um mir die mal anzuschauen als Zwischenwert. Das sind 5,6 Volt. Können wir gucken, wir entladen mit 4,2, wir laden mit 7, da kann 5,6, kann da tatsächlich ganz gut in der Mitte liegen. So, dann können wir, wenn wir die Leerlaufspannung haben, einfach den Kurzschlussstrom ausrechnen. I ist U durch R, Leerlaufspannung durch Innenwiderstand. Den haben wir glücklicherweise oben schon ausgerechnet, sonst hätte das ja hier auch nicht funktioniert. Und dann können wir eben die maximale Leistung ausrechnen, wie ich sage, aus der halben Leerlaufspannung mal den halben Kurzschlussstrom. Und weil das hier alles in Volt, Ohm, Ampere ist, sollte die Leistung auch in Watt rauskommen. Und ich lasse mir die hier anzeigen im Befehlsfenster. 7,7 irgendwas Watt. Das könnte mit diesen Werten da so in etwa passen. Ja, aus so einem Akku, wo ich, naja, irgendwie, was ist denn die Entladeleistung? 4,2 mal 1,4. Da sehen wir ja, das liegt hier schon ja irgendwo so ziemlich in der Nähe von diesem Maximalpunkt. Zumindest so, wie ich das hier gezeichnet habe. Ich rechne mal 4,2 mal 1,4. Das ist 5,8. Das liegt immerhin nicht da drüber. Also diese 7,7 könnte wirklich das Maximale sein. Prüfen wir mal. Passt. Okay. Wir sind ungefähr knapp auf der Hälfte angekommen. Wir haben wieder diese Akkufrage. Welche Klemmenspannung ergibt sich bei diesem Entladewiderstand? Die können wir auch einfach ausrechnen. Das ist einfach Spannungsteiler. UA ist RA durch RI plus RA mal die Leerlaufspannung, die wir hier glücklicherweise schon ausgerechnet haben. Nochmal einmal ausführen. Und dann sind das ein bisschen weniger als die Leerlaufspannung. Natürlich, weil es noch einen Spannungsabfall über den Innenwiderstand gibt, aber 5,2 irgendwas Volt. Und das passt auch. Okay. Dann haben wir wieder eine Frage zu dem Transformator. Und hier ist jetzt gefragt, okay, welche Temperatur besitzt die gleiche Wicklung oder bei welcher Temperatur besitzt die gleiche Wicklung einen Widerstand von 106,1 Grad? Das heißt, wir wissen jetzt diesen Widerstand hier. Wir wollen jetzt die Temperatur wissen. Da müssen wir nochmal diese Gleichung umstellen. Ich schreibe das mal über meinen Kopf und hoffe, dass man das trotzdem noch irgendwie sieht. Also wir nehmen R von Theta 4, teilen das zum Beispiel wieder durch R von Theta 1 oder eben einfach R1. Dann haben wir das schon mal weg. Dann muss die 1 weg. Das heißt, wir müssen wieder durch minus 1 rechnen. Dann muss das Alpha weg. Das heißt, wir müssen diesen Term durch Alpha rechnen. Und dann bleibt das Theta 4 minus Theta 1 über. Jetzt muss noch das minus Theta 1 weg. Das heißt, wir rechnen plus Theta 1. Und wenn wir das machen, und das kann man gut sehen über meinem Kopf, sollte da Theta 4 rauskommen. Okay, also Theta 4 ergibt sich aus R4. Und R4 müssten wir hier oben einfach mal noch als Zahlenwert mit festlegen. R4 sind 106,1 Ohm. R4 durch R1 minus 1. Und ich packe mal ganz zur Sicherheit. Ich glaube, das wäre jetzt nicht nötig, Strichrechnung, Punktrechnung. Also es ist ja eigentlich eine Punktrechnung, geht vor dieser Strichrechnung. So, aber auf jeden Fall. Diese Differenz geteilt durch Alpha. Da mache ich jetzt keine Klammer drum. Da traue ich jetzt, dass das hier richtig gerechnet wird. Plus Theta 1. Wir können das ja auch das Ergebnis gleich mal prüfen. Theta 4 uns anschauen. Knapp 40 Grad. Können wir uns jetzt überlegen, also bei 80 Grad hat das so 120 Ohm. Bei 20 Grad hat es so 100 Ohm. Wenn ich jetzt ein bisschen über 100 Ohm haben will, brauche ich wohl irgendwie eine Temperatur dazwischen. Da könnten diese knapp 40 Grad halt ganz gut passen. Aus dem Punkt ein Komma prüfen passt. Okay, dann haben wir wieder den Akku. Ich suche das Skript vom Akku. Guck mal, was gefragt ist. Die Leerlaufspannung. Na, die hatten wir doch glücklicherweise schon mal. Dann packen wir die mal hier einfach hin. Kopieren uns das hier rüber. Das Ergebnis klicken auf Prüfen. Super passt. Okay, nächste Frage. Wir haben wieder den Folienkondensator. Und jetzt ist hier nach der Fläche gefragt. Welche Fläche braucht diese beidseitig metallisierte Kunststofffolie? Da brauchen wir mal noch irgendwie eine Formel. Nämlich, dass die Kapazität sich ja ergibt aus dem Epsilon 0 mal dem Epsilon relativ mal die Fläche geteilt durch den Abstand dieser beiden Platten in dem Plattenkondensator oder sozusagen der metallisierten Schichten in dieser Folie. Und diese Gleichung müssen wir jetzt also nach dem Flächeninhalt umstellen. Das heißt, wir nehmen die Kapazität, rechnen die vielleicht erstmal mal das D und teilen dann durch Epsilon 0. Das brauchen wir noch. Und auch durch das Epsilon relativ. So, und dann kriegen wir den Flächeninhalt. Müssen wir nochmal gucken. Das waren ja alles Grundeinheiten hier. Dann sollten wir den Flächeninhalt in Quadratmeter rausbekommen. Dann müssen wir die Quadratmeter anschließend noch in Quadratmillimeter umrechnen. Vorher brauchen wir auf jeden Fall noch das Epsilon 0. Und das kann man im Tafwerk nachgucken. Oder wissen. 8,854. 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter. Dann können wir hier den Flächeninhalt ausrechnen. Ich mache das mal, zeige mal das A an und überlege jetzt, ob das halt so passt mit Quadratmeter. Das könnte aber schon sein. Wir wollen ja eine relativ große Kapazität haben. Ich gucke noch mal irgendwie kurz. Das kommt mir jetzt in Quadratmeter relativ groß vor. Aber das ist in Joule. Das ist tatsächlich in Volt. Das sind auch tatsächlich Mikrometer. Das passt ja auch vorher schon mit der Feldstärke. Unsere Kapazität scheint auch zu passen. A ist 10 mal D durch Epsilon. Das muss so stimmen. Okay. Also das A halt mal noch umgerechnet von Quadratmeter in Quadratmillimeter. Da müssen wir mal 10 hoch 6 rechnen. Und dann sind das relativ viele hier. Also da braucht man schon ein ganz schönes Stück Folie, damit das passt. Eben ein Zehntel Quadratmeter. Machen wir mal prüfen. Passt. Stimmt. Okay. Alles richtig. So, dann haben wir wieder den Spannungsteiler. Ich suche den Spannungsteiler raus. Und hier ist nach dem Strom gefragt. Den haben wir hier schon mal ausgerechnet. Der Strom sind 0,7 Ampere. Aber hier sind Milliampere gefragt. Also müssen wir mal 1000 rechnen mal 1 E3. 704,9 705 Milliampere. Okay. Das passt. Nächste Frage. Wir haben wieder diesen Akku. Den habe ich hier hinten. Und jetzt ist nach dem Strom gefragt, wenn wir diesen Entladewiderstand anschließen. Das ist natürlich auch einfach auszurechnen. Dann nehmen wir einfach die Gesamtspannung oder sozusagen die Quellspannung, die Leerlaufspannung von diesem Akku und teilen die durch den Innenwiderstand plus den Außenwiderstand. Einfach Grundstromkreisformel. Angabe in Ampere sollte mit den ganzen Grundeinheiten hier passen. Ich führe das aus, zeige mir den Strom an 0,471 Ampere. Okay. Wir sind bei der 19. Frage. Zwei Drittel ungefähr sind geschafft. Wir haben wieder diesen Folienkondensator. Ich suche den Folienkondensator. Und jetzt ist nach der Ladung gefragt. Jetzt brauchen wir noch eine Formel. Kann man hier unten hinschreiben. C. C ist Q durch U. Welche Ladung ist bezogen auf eine bestimmte Spannung gespeichert? C und U haben wir ja zum Glück schon. Da können wir Q ausrechnen. Q ist C mal U. Und wir wollen das in Mikrokulomb haben. Das hier oben hat alles Grundeinheiten. Dann müsste die Ladung in Kulomb rauskommen. Das ist die Ladung in Kulomb. Wenn ich jetzt die mal 10 hoch 6 rechne, kriege ich das in Mikrokulomb. Und kann das hier übernehmen, prüfen. Passt. Dann haben wir wieder die Aufgabe mit den zwei Spulen. Ich gehe auf die Spulen und gucke, was ist gefragt. Hier ist nur diese Parallelschaltung gefragt. Die kopiere ich hier einfach nochmal raus und speichere die nochmal unter L1, 2. Das hier waren ja Henry. Da sollte auch Henry rauskommen. Dann kann ich mir das hier anzeigen lassen. Und dann habe ich hier wieder irgendwo einen Fehler reingebastelt. Ich habe wieder das Semikola nicht getroffen auf der Tastatur. So, L1, 2. Diese Parallelschaltung 1,2 und 2,1 parallel könnten tatsächlich 0,7 sein. Und das passt auch. Okay, dann haben wir Kondensatoren. Oh, das ist wieder eine neue Aufgabe. Da muss ich nochmal ein Clear All machen. Und die Werte neu übernehmen. C1 sind 0,6 Mikrofarad. C2, ich lasse das vielleicht mal in Mikrofarad. Das sind 2,4 Mikrofarad. Und C3 sind 3,1 Mikrofarad. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Gesamtkapazität dieser Schaltung. Und jetzt gehe ich mal in meinen Spulen-Dings hier rein und hole mir mal dieses Parallel hier raus. Weil so wie man Spulen parallel schaltet, so schaltet man ja Kondensatoren in Reihe. Das ist die gleiche Rechnung. Ich erinnere das hier mal rasch. Und jetzt können wir halt sagen, okay, was haben wir denn hier? Also wir haben C-Gesamt, ergibt sich ja aus der Reihenschaltung von C1 und C2. Und dazu parallel, und parallel ist jetzt einfach Plus, haben wir halt das C3. Und damit haben wir eigentlich auch schon das C-Gesamt. Das ist alles ein Mikrofarad. Das hier unten ist ein Mikrofarad gesucht. Das sollte passen. Da nenne ich das mal Kondensatoren. Und lasse mir hier das C-Gesamt ausgeben. 3,58 kann man so auf die Werte gucken. Aber es könnte so in etwa passen. Das sieht nicht zu falsch aus. Und das passt auch. Okay. Dann haben wir wieder den Spannungsteiler. Den hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich lasse das mal ausführen. Die Spannung U2, die jetzt hier gesucht ist, hatten wir auch schon mal ausgerechnet. Als Zwischenergebnis 0,0, äh Quatsch, 3,9 Volt. Und das passt auch. Nächste Seite. Wir haben wieder diesen Transformator und den Temperaturkoeffizienten gesucht. Den haben wir zum Glück schon mal ausgerechnet in 1 durch Kelvin. Da kann ich das Skript hier durchlaufen lassen, mir das Ergebnis anzeigen. Das hier rüber kopieren. Diese Exponentialschreibweise wird hier zum Glück erkannt. Ich klicke auf Prüfen. Alles super. Dann haben wir wieder den Akku. Und es ist nach dem Kurzschlussstrom gefragt. Den Kurzschlussstrom haben wir hier glücklicherweise auch schon mal ausgerechnet. Das waren 5,4 Ampere. Prüfen. Passt. Dann haben wir wieder diese zwei Spulen. Da ist jetzt nach dem magnetischen Fluss gefragt in der Gesamtinduktivität bei einem bestimmten Strom. Da gehe ich mal auf die Spulen, übernehme mal hier oben noch den Strom als Zahlenwert. 3,7 Ampere. Und jetzt brauchen wir noch eine Formel, die so ähnlich ist wie diese hier unten. Aber hier ist nicht mehr so viel Platz. Deswegen schaffe ich ja nicht mehr hinzuschreiben. Aber L, die Induktivität ist der magnetische Fluss, das Phi hier, bezogen auf den Strom. Und damit kriegen wir natürlich relativ einfach diesen Fluss raus, Phi, indem ich eben L gesamt rechne, mal den Strom. Und das ist hier in der Einheit Weber gesucht. Weber ist das gleiche wie Voltsekunde. Wir haben ja überall Basiseinheiten. Das sollte funktionieren. Lasse ich das mal ausführen. Dann zeigt mir hier diesen Fluss an 12,8 Voltsekunden oder 12,8 Weber. Punkt zu Komma geändert. Passt. Die noch fünf Fragen. Wir haben wieder einen Folienkondensator. Ich gehe zu dem Skript mit dem Folienkondensator. Und wir haben jetzt einen Entladestrom gegeben. Den packe ich hier oben mal noch hin. I von 1,2 Mikroampere. Mikro sind 10 und minus 6. Und jetzt ist die Entladedauer oder die Zeitdauer gefragt der Entladung, wenn wir diesen Kondensator entladen. Und das, was man jetzt irgendwie wissen muss als Formel, ist, dass I der Strom sowas ist wie DQ nach DT oder Delta Q nach Delta T. Wenn wir von einem konstanten Entladestrom ausgehen. Wir wissen den Strom. Wir wissen die Ladung. Können wir es nach der Zeit umstellen. T. Delta T. Ich schreibe jetzt hier nur T. T ist Q durch I. Q durch I. Q haben wir. I haben wir. Sollte so passen. Sollten wir einen T ausrechnen können. Gucken wir uns das T mal an. Und jetzt ist aber das T in Millisekunden gefragt. Das heißt, ich muss noch mal 1000 Rechner mit der Millisekunden rauskommen. Und dann sollten das 870 Millisekunden sein. Und das passt auch. Dann haben wir die drei Kondensatoren. Da ist jetzt noch mal nach der Reihenschaltung da oben gefragt im oberen Zweig. Das speichere ich noch mal ab als C12 und übernehme das hier einfach dieses Reihending, was ich schon hatte. Diese Funktion. Das hier oben waren alles Mikrofarad. Sollte das auch in Mikrofarad rauskommen. C12 0,48 Mikrofarad. Klingt ganz plausibel bei 0,6 und 2,4. Dass das natürlich kleiner ist. Prüfen passt. Okay. Nächste Seite. Wir haben einen runden Draht. Das hatten wir schon mal ganz am Anfang. Draht, Draht. Muss ich mal hier irgendwie suchen. Da ist das Draht. Skript. Und den Flächenleiter haben wir auch schon mal ausgerechnet. Das war ja Ampere. Das waren Ampere pro Quadratmillimeter. Sollte der Flächenleiter auch in Quadratmillimeter rauskommen. Schauen wir uns den an. 0,5591 Quadratmillimeter. Okay. Passt. Vorletzte Frage. Zwei Spulen. Wie groß ist die gespeicherte magnetische Energie bei diesem Strom? Da suche ich doch mal wieder das hier raus mit den Spulen. Den Strom hatten wir auch schon. Die magnetische Energie kann man genauso ausrechnen wie jetzt hier diese elektrische. Bloß, dass da halt steht 1,5 mal die Induktivität mal L Gesamt mal I Quadrat. In der Gesamtinduktivität gespeicherte Energie bei diesem Strom. Alles Grundeinheiten, Henry, Ampere, sollten wir auch eine magnetische Energie in Joule rausbekommen. 23,7 Joule. Übernehmen das hier, klicken auf Prüfen. Okay. Wunderbar. Passt. Und dann die letzte Frage. Da haben wir wieder den Spannungsteiler. Ich gehe zum Spannungsteiler. Die Leistung P2, die hier gefragt ist, haben wir auch schon mal ausgerechnet. Ich fühle das nochmal aus das Skript. Übernehme den Wert von P2. 2,7 Watt. Klicke auf Prüfen. Und das passt. Und ich schließe den Versuch ab und habe 30 richtige Antwortmöglichkeiten in, keine Ahnung, Zeit muss ich gleich mal gucken auf dem Video. Auf jeden Fall, so kann man es machen. Man braucht, wie man sieht, nicht allzu viele Formelnotizen, wenn man ein paar Formeln im Kopf hat. Was natürlich total hilfreich ist, ist, wenn man sich hier eben ein so ein Computer-Tool nimmt, das in so Skripten runterschreibt, die man immer wieder aufrufen kann, um solche Zwischenergebnisse eben sich immer wieder zu suchen. Und das ist natürlich auch vielleicht eine Kompetenz, die man im wahren Leben braucht, relativ schnell mit vielen Zahlenwerten zu jonglieren in einem Projekt, in einem ingenieurwissenschaftlichen, um dann relativ schnell zu Ergebnissen zu kommen.